Hey, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute ist es mal wieder soweit. Wir schauen uns coole und praktische Apps für den Alltag an. Also, es sind ein paar coole Sachen auf jeden Fall dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's wie immer nach dem Intro. Wie immer habe ich darauf geachtet, dass man die Apps grundlegend auch komplett kostenlos nutzen kann. Klar, es gibt hier und da natürlich Pro-Version, wo man noch mehr Funktionen hat. Aber ich würde sagen, wir starten auch direkt mit der ersten App. Ich blende euch das iPhone nun an dieser Stelle natürlich wie immer einfach einmal ein. Und die erste App, die wir uns gemeinsam anschauen möchten, nennt sich Activity Tracker. Und damit bekommt man eine gute Übersicht, was man so am Tag anstreckig zurückgelegt hat, wie viele Schritte man gemacht hat und so weiter. Und ich finde, die ist grafisch wirklich richtig, richtig schön und gut detailliert aufgebaut. Wir sehen jetzt hier, ich habe heute bis jetzt 2049 Schritte gemacht. Auf jeden Fall noch ein paar dazukommen. Also, ich muss mich gleich nochmal nach draußen geben und so ein bisschen unterwegs sein. Ich kann jetzt mal gestern schauen, da waren es 12.000 Schritte oder auch vorgestern, ja, da war ich mit fast 18.000 Schritten richtig gut unterwegs. Da war ich in Hamburg mit einem Kollegen und, ja, da haben wir eine gute Strecke gemacht. Also, man sieht dann hier auch immer direkt, wie viele Kalorien man verbraucht hat. Die zurückgelegte Strecke, 14 Kilometer, wow, das ist auf jeden Fall einiges. 20 Schockwerke und so weiter. Und wenn wir links nochmal auf Trends gehen, dann sehen wir hier auch nochmal so die Trends der letzten Tage, letzten Wochen und so weiter. Heute habe ich jetzt hier, wie gesagt, ja, da müssen noch ein paar mehr Schritte dazukommen. Die letzte Woche war aber eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Hier sehen wir das nochmal auch in den letzten Stunden und natürlich auch in den letzten Tagen, Wochen, Monate oder auch Jahre. Und wenn ich jetzt hier einfach einmal raufklicke, bekomme ich auch noch mehr Details und kann mir dann hier auch nochmal die verbrauchten Kalorien anschauen. Und, ja, das ist auf jeden Fall eine richtig gute App, muss ich sagen. Ich habe in meinem Fall die Pro-Variante. Da hat man noch so ein paar Sachen mehr. Aber ansonsten, es gibt hier auch ein Widget, was man hinzufügen kann. Finde ich auch richtig cool. Also, falls ihr eine App sucht, um einfach das Ganze mal schön detailliert zu tracken und grafisch gut aufbereitet in Diagramm sehen möchtet, ja, dann schaut euch die App auf jeden Fall mal an. Weiter geht's mit der App, die ich extrem cool finde. Und ich glaube, viele von euch, die einfach mal vielleicht ein bisschen Langeweile haben, auf dem Flug, im Zug und so weiter, und zwar nennen diese sich Offline-Games. Und da sind super viele Spiele, die man Offline spielen kann, die kein WLAN benötigen. Denn wenn man das mal hier sich anschaut, da sind super, super viele Sachen dabei. 20, 48, 4Gewind, World Finder, Tic-Tac-Toe. Wir haben sogar auch Snake, Schach, Billard, Memory. Das ist wirklich cool. Tischtennis finde ich auch sehr, sehr nice. Da spielt man dann, ja, gegen Bot. Man spielt im Prinzip bei allen Games hier gegen Bot oder sowas. Aber ich finde das echt nice. Und ich finde auch gut, dass man so viele verschiedene Spiele hat, die man dann hier einfach spielen kann. Auch Snake hat mir extrem viel Spaß gemacht, finde ich. Also, auch grafisch ist die App wirklich gut gelöst. Und es wird einem einfach nicht langweilig. Und man hat in einer App super viele verschiedene Spiele. Man braucht also nicht jetzt tausende Apps irgendwie. Das ist so auf jeden Fall ziemlich easy. Der kann man einfach dann zwischen verschiedenen Spielen hin und her switchen. Alles in einer App. Oder auch viel gewinnt. Auch immer ein echter Klassiker. Hat richtig Spaß gemacht. Genauso natürlich auch wie 20, 48. Oder auch dieses Fruchtspiel hier, wo man immer verschiedene Früchte hat. Das ist jetzt ziemlich neu. Und wenn man zwei derselben Frucht dann miteinander kombiniert, wird dann eine andere Frucht draus. Die kann man auch wieder kombinieren und so weiter. Also, das ist echt gut gelöst. Auch mit einer Top-Grafik. Wir haben keine Werbung. Also, ich hatte bis jetzt noch nicht einmal Werbung hier in diesem Spiel. Funktioniert ohne WLAN. Und das Ganze kostenlos. Also, was will man mehr? Weiter geht's mit einer App. Und zwar nennt diese sich Split Crop. Und die App nutze ich nicht so oft. Aber sie ist auf jeden Fall super praktisch. Denn ihr kennt es vielleicht. Ihr macht einen Screenshot. Aber in dem Screenshot, in der Mitte des Bildes, ist irgendwas, was ihr nicht haben möchtet. Dann könnt ihr zum Beispiel zwei Screenshots machen. Einmal den oberen Teil der Webseite und einmal den unteren Teil. Ist ein bisschen nervig. Und mit dieser App könnt ihr nun Teile des Bildes herausschneiden. Geht natürlich nicht nur bei Screenshots. Geht auch bei anderen Fotos und so weiter. Ich habe jetzt aber in diesem Fall einfach mal einen Twitter-Screenshot von meiner Timeline gemacht. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt diesen Bereich hier einfach mal raus haben. So, dann kann ich das Ganze hier auswählen. Und zwar sieht man hier auch direkt diesen Bereich. Ich kann diesen dann hier einfach per Schieberegler einfach einstellen. Über das Icon in der Mitte kann man auch nochmal die Richtung einstellen. Zum Beispiel auch von oben nach unten. Oder hier haben wir jetzt auch die Möglichkeit, alles ein bisschen zuzuschneiden, wie wir es einfach haben möchten. Es ist wirklich praktisch. Und wenn ich jetzt diesen Bereich ausgewählt habe, den ich wegschneiden möchte, klicke ich einfach unten auf die Schere. Und dann ist dieser Bereich weg. Und ich habe jetzt nur noch diesen Screenshot, den ich dann auch komplett haben möchte. Rechts unten bei den Einstellungen hat man noch ein paar weitere Möglichkeiten. Hier kann man auch den Dateityp einstellen. JPEG oder PNG. Ich kann jetzt die Qualität einstellen. Ich kann auswählen, ob die Metadaten übertragen werden sollen oder nicht. Auch das ist ja vielleicht ganz praktisch. Oder ich kann auch den Stil auswählen. Ja gut, das ist jetzt in meinem Fall nicht so wichtig. Da könnte man zum Beispiel einfach rot machen. Ja, super praktisch. Oben kann ich speichern, teilen, whatever. Sehr nice. Weiter geht es mit einem Spiel und dieses nennt ich Super Dots. Und das ist auf jeden Fall auch ein cooles Spiel, gerade für unterwegs, wenn einem einfach mal ein bisschen langweilig ist. Und zwar geht es darum, Punkte derselben Farbe zu verbinden. Das gibt dann natürlich, ja, Punkte. Und es gibt auch dann zum Beispiel Hindernisse wie diese Steine. Und oben steht dann, ich muss 14 Steine wegbekommen und 9 Mal die Farbe Blau verbinden. Machen wir das doch einfach mal. So, jetzt muss ich aber trotzdem noch 12 Steine wegbekommen. Und ich habe oben links steht es 18 Züge noch. Das wird also ziemlich tricky. Aber es gibt ja auch so Bonusfelder, wo dann so ein bisschen mehr passiert. Jetzt haben wir direkt ein paar mehr Steine wegbekommen. Und das Ganze können wir hier auch nochmal machen mit diesem roten. Auch dann geht hier gut was weg. Okay, die blaue Aufgabe haben wir schon mal geschafft. Wir haben noch 16 Züge, um jetzt die nächste Mission zu schaffen. Das bietet sich doch hier auch direkt an. Okay, jetzt müssen wir noch einen Stein wegbekommen. Ich glaube, das kriegen wir so hin. Und dann haben wir das geschafft. Am Anfang ist es natürlich ein bisschen einfacher. Es kommen immer mehr Power-Ups und so weiter pro Level dazu. Man wird da gut reingeleitet. Es gibt immer ein kleines Tutorial. Finde ich echt praktisch. Und es ist auch relativ wenig Werbung. Aber ansonsten, wie gesagt, der Trick gilt natürlich immer. Einfach das WLAN ausmachen und die mobilen Daten. Dann hat man hier auch keine Werbung. Und kann entspannt zocken. Aber ja, es hat auf jeden Fall wirklich Spaß gemacht. Und ist auch nicht kurzweilig. Sondern man kann sich damit auf jeden Fall auch über den längeren Zeitraum gut beschäftigen. Und man will natürlich immer von Level zu Level kommen. Nun sind wir auch schon bei der letzten App angekommen. Und die eignet sich gut zum Beispiel zum Einschlafen. Wenn ihr vielleicht irgendwie Einschlafgeräusche hören möchtet. Sei es ein Regenschauer, Feuerknistern oder so. Oder vielleicht auch beim Lernen zum Beispiel. Es gibt ja auch viele Leute, die dir einfach eine entspannte Stimmung haben möchten. Oder generell, vielleicht möchtet ihr einfach zu Hause entspannen. Und braucht einfach so ein paar Entspannungsgeräusche zum Runterkommen. Und das ist mit dieser App auf jeden Fall simpel möglich. Ich habe jetzt die kostenlose Variante hierzu. Es gibt also auch in einer bezahlten Option. Da hat man dann noch mehr Sounds. Aber das Ganze ist so aufgebaut wie in Altsradio. Unten haben wir dann verschiedene Tasten. Wenn ich jetzt einfach mal auf dieses Regensymbol links klicke. Dann startet jetzt der Regen. Und man hört das dann jetzt hier. Darüber hinaus kann man einmal rüberwischen. Und dann können wir auch einen Timer einstellen. Zum Beispiel auf 20 Minuten oder natürlich auch bis zu 60 Minuten. Können wir jetzt einstellen. Dann geht es automatisch aus. Das wird auch ganz cool gerade beim Einschlafen. Oder es gibt natürlich dann hier auch noch so ein Waldgeräusch. Auch dieses können wir dann hier einfach einstellen. Ist wirklich entspannt und ein guter Sound, muss ich sagen. Oder auch ein echter Klassiker natürlich. Das Lagerfeuer. Lagerfeuer. Es gibt auch ein paar weitere Flugzeug und Nacht. Also ich weiß nicht. Flugzeug stelle ich mir jetzt nicht super entspannt vor. Aber gut. Aber die App ist super simpel aufgebaut. Schön medialistisch. Und ja, man hat wirklich ein simples Interface. Es ist echt cool. Und gerade so, wenn man vielleicht das Regengeräusch haben möchte, kann man es natürlich so einstellen. Oder auch Falt und Lagerfeuer. In der kostenlosen reicht für mich einfach vollkommen erstmal aus. Nun sind wir auch schon wieder beim Ende des Videos angekommen. Falls ihr noch vielleicht coole Tipps von Apps habt, die nicht jeder kennt und die ich mir unbedingt mal anschauen soll, dann schreibt sie doch einfach mal unten in die Kommentare. Oder ihr könnt mir auch bei Instagram schreiben. Oder ich bin jetzt auch bei Threads beim Neuen. Also da könnt ihr mich auch finden. Alle Links natürlich unten in der Videobeschreibung. Und damit bin ich mir beim Ende des Videos angekommen. Also macht's gut. Ciao. Ciao.